guten tag meine freunde hier noch mal eine klare ansage zum morgen zum freitag zu den zweiten zwölften für das konzert mit normalen und den e-mails live im b58 in braunschweig es gibt noch armkasse ihr könnt vorbeikommen es gibt auf jeden fall noch gute armkasse und dann kommt vorbei ich denke mal kommen alle rein so viel dazu dass es noch armkasse gibt eben ist wieder etwas weiteres angetroffen und zwar endlich das doppelvinyl von wolfsruhen leider verspätet aber wir leben nun mal in schwierigen zeiten wo ja ihr kennt das ja alles wo ich nicht immer wieder durch zu kauen hier zeige ich euch noch mal das doppelvinyl das ist sehr hochwertiges gatefold richtig fett richtig fetten rücken und dann sehr hochwertig wenn das mal im ende guckt habt ihr die ganzen bandmitglieder die bandfoto nochmal und bandmitglieder einzeln und hier noch mal die texte zum mittellesen lyrics könnt ihr da alles sehr gut gemacht jetzt zeige ich euch mal die schallplatten die schallplatten sind diesmal nicht farbig sind schwarz gehalten 180 gramm und dann schwarzes paper sleeve mit der ganz klassischen schallplatte zwei stück natürlich und dann ja jetzt wie ihr merkt habe ich ja einiges zu tun morgen das konzert hier noch mal die andere schallplatte zur sicherheit auch schwarz schwarzes paper sleeve ja wie jetzt merkt habe ich gut zu tun die muss hier jetzt die vorbestellung fertig machen dann habe ich bei den kurs noch die vorbestellung die ich jetzt eintüten muss morgen das konzert also wenn es der ein oder andere fragt was meine bestellung wenn er mich anschreibt bitte gibt mir etwas zeit ich werde auf alles eingehen ich werde alles so gut so schnell ich kann rausschicken ihr bekommt alle eure artikel und vielen 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 dank für eure geduld dass ihr das vom mitten macht und das freut mich sehr und ja finde ich schön und ja das war's eigentlich jetzt also kommt morgen ins b58 es gibt noch abendkasse würde mich sehr freuen natürlich wenn wir da einen schönen abend miteinander haben schöne party im normalen und die e-mails kommen ja auch nicht alle tage nach bauernschweig und ja dann lass mich mal überraschen denn was ist schon toller abend morgen wird dann bis dann tschüss